Und damit willkommen zurück zu Saints Row 4, zusammen mit dem Illyria in der 29. Folge nach dem großen Finale. Hallo! Toll, jetzt machst du ne große Pause, jetzt hab ich's verkackt. Sackkappe. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer, natürlich hier, nur bei uns. Oh yeah! Ja, jetzt ist es dir auch mal passiert. Oh, tut mir aber überhaupt nicht leid. Mir hat's auch nie leid getan, mir war es so peinlich, das war alles. Für mich ist es nicht peinlich. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir machen heute wieder zwei Loyalitätssachen. Und zwar von Pierce und Ben King. Folge Pierce Plan, lass uns eine Runde fahren. Tritt dich mit Pierce. Oh, mein. Hey Boss, ich hab einen Tipp von einer der Zinniax-Gülerin, die in der Simulation starten. Lass uns zusammen und ihn rausnehmen. Was sagst du? Ich bin immer auf der Kampf. Alles klar, das ist nicht gerade... Es ist nicht gerade um die Ecke. Ich bin doch eh gleich da. In... Äh... 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 In... Null. 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 I can't do this. Da ja. Alles klar. ja ist wieder ausgeschmissen aus der fahr muss gelernt sein k.i am steuer ungeheuer schon mal davon gehört ich hab dir mal musik bei mir spielt keine musik bei mir auch noch nicht ich muss das rausschneiden dann weinruf ein paar sekunden jetzt kommt ein neues aber er singt selber und es ist Zeit zu spielen mit dem Präsidenten der USA Baby seems we never ever agree you like the movies and I like TV I take things serious and you take them light I go to bed early and I party all night our friends are saying we ain't gonna last cause I move slowly and baby I'm fast I like the quiet and I love to shout but when we get together it just all works out haha two steps forward I take two steps back we come together cause opposite a track and you know it ain't fiction just let's get our destruction on oh ja das sind verdammt viele monster trucks you really surprised sind jetzt all the whole gangs from our past makes sense now that you mention it does this mean we can expect to run into donning or a highly doubt man I heard that from the start na dann alle dann mal zerstören ich weiß noch nicht warum aber wie sollen sie zerstören und jeder vorne geht her oder drauf zu nerfen weg mit einer agendenwerfer typi oh oh was ist mit dem monster truck grad passiert was denn was haben wir denn ich bin weggeflogen jo das hab ich gemacht das war ich mit meinem stampfer ja steig ein steig ein ist da feinde ja und steig trotzdem ein tschüss atomkraftwerk aha sollen wir eine kernschmelze verursachen ich bin noch heiß genug wozu brauchen wir eine schmerze oh god oh nein nicht musik nicht musik wie dürfen wir nicht ja ich schneid's raus oh god die machen wieder mit ja ja aber jetzt die musik jetzt die musik wieder stimmt die musik war nur ganz kurz angespielt bei mir ja aber trotzdem schneid's dann raus ein paar wenige sekunden glaube ich machen kein problem wir singen gerade noch wie so eine besoffene oper also ich glaube das wird kein problem sein oh you got what i need you got what i need how is he is just a friend you say he is just a friend die singen so was von du geschlagen die beschweren sich gerade jemand dass da jemand rein singt aber das ist gerade silben der rein singt Das hat Sinn der da reingesungen hat? Ja, das hat Sinn der da reingesungen. Die Stimme habe ich raus erkannt. Was hast du denn gerade? Ich wollte nicht ins Wasser fahren. Ich wollte nicht ins Wasser rein fahren. Ich habe nicht gesehen, dass das Wasser ist zuerst. Und warum sind wir in der NUTE-Plante? Wir suchen ein paar nukleaire Wäste. Bonner 4. Verdammt, die haben das alles bereits gebrochen. Hey, starte die Kräte. Komm schon, starte die Kräte. Sorry, ich habe das nicht gefangen. Oh, das ist alles rot. Ich liebe diese Fähigkeit einfach. Diese stampfen aber jetzt. Da ist nichts drin. Okay, letzte. Gib es mir. Okay, anderer Seite ist... Dann mal. Ich habe es gefunden. Ja, da unten. Warte, Leute? Ich weiß es nicht. Ehh. Das war komplett grün. Und wir müssen nicht schneller gehen? Äh, das ist eine gute Idee. Es sieht aus, dass er nicht so weit entfernt ist. Weißt du, wir können ihn nicht töten. Wir müssen wissen, wo er geht. Okay. Ja. Autos. Wer braucht ein Auto, wenn man zu Fuß schneller ist? Ja, wir sollen dem jetzt folgen. Aber nicht zerstören. Ne, nur zu hinten vor. Okay. Also nicht zu nah ran. Immer wieder vom Gas runter gehen. Habe ich ein Gaspedal? Immer wieder vom Schiff runter gehen. Ja, das ist ein Auto hinter mir. Hey, das war ich nicht. Okay, das war ich selber dann schon. Ich bin dran. Fick mit euch. Piranemo. Uäh. Hi. Okay. Ab ist falsch gebogen. Okay. Aua. Aua. Gehst du mir bitte nicht zu nah ran? Bitte hin. Etwas wieder zurück? Er ist so weit gefahren. Er ist so weit gefahren. Lol. Wie, die KI kann sie auch verfahren? Ja, anscheinend. Ich muss eigentlich nur dich fragen, oder? Ja, natürlich kann ich mich nicht überfahren. Fahr, schneller. Fahr. Ja, der kann echt nicht fahren. Guck dir das mal an. Oh, der will Reboot. Guck mal, Reboot ist Death. Hörter will neu starten. Guck. Guck. Der fährt hier so ne besenkte Sau. Lass ihn ihn wieder raufbringen. Ähm. Wer schießt denn da? Oh. Das Auto ist bei mir grad geflogen. Was ist was zum... Ich glaub... Die KI ist grad ein bisschen broken? So ein bisschen? Kannst du einen? Wollte ich auch grad fragen. Verfolgst du den grad noch? Ich bin grad... Ich war grad auf dem Weg, äh... Einen der Begleiter zu... äh... ...wiederzubeleben. Nee. Okay. Aber ich hab auch grad irgendwie den Eindruck, dass die KI irgendwie broken ist. Der hat sich resettet? Gut. Irgendwas hat das mit den Balken oben links zu tun. Ja, der... Nee, der hat sich resettet grad. Gut. Gut, gut. Da müssen wir nicht neu starten. Wir dürfen echt... Wir dürfen noch nicht mal annähern so nah ran, wie wir vorher ran waren. Dann dachte ich mir auch schon fast, dass er wohl zu nah war die ganze Zeit. Nee, mit dem... Das Problem war der Tornado. Der hat die dann... ...verschoben. Das war das Problem wahrscheinlich. Also haben wir ne Fähigkeit, die ziemlich kritisch sein kann für diese Mission. Für Verfolgungsmissionen? Ja... Wie viele solcher Missionen gibt es denn? Nicht, dass ich wüsste viele. Sagen wir es mal so. Ui... Einfach nach dem Ding zu drehen. Äh... Laufen. Beinahe schon wieder zu nah ran. Ich glaube, der wird schon gestört, wenn wir irgendein Auto versehen nicht gegen ihn schmeißen. Ja, glaube ich auch. Äh... Zu weit weg, zu weit weg. Äh... Muss näher ran. Ja, hallo, wo will der hin? Was will denn von mir? Schnauze! Jetzt mal bitte... ...irgendwann ankommen? Es ist grad echt, echt viel zu... Aua... Wenn er überhaupt jemals ankommen wird. Ah! Hier kannst du dir mal die Statuen jetzt angucken. Was kannst du? Die Statuen kannst du dir mal angucken. Oder auch nicht. Tja. Es ist ein Statuen mit drei... Es ist ein Frauenstatuen mit drei Brüsten. Der ame Bus, hallo? Nichts getan. Uh... Geld? Alter, wo will der hin? Ah... Äh... Da lang. Ich hasse es, wenn ich mittlerer Maustaste mache und dann auf einmal mein Waffenmenü aufgeht und ich dann die Fäuste ausrüste. Äh... Ja, hast du recht. Das ist schon nervig. Ah, Geld! Und... Döte Mero. Wow! Wer muss jetzt schwer wiederbelebt werden? Ja! Ich komm mal du nicht da rum. Ich geh gar nicht. Geld... 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 So the saints wish to play again. For this time I'm not going to offer you a deal. Don't worry, we wouldn't take one. I see you let your lackeys do the talking for you now. Hey Mara, how's Jessica? I'm going to enjoy killing you both. I don't know where Jessica is. Was that? Damn it, the bastard didn't die. The power I have here is incredible. Don't kid yourself. In reality Mara has been dead for years. This world is as real as I make it. Here I will be a god. I've forgotten what a blow of you. Where is there? Hold. I always hated that asshole. See? My way works. Oh that's a new one. My way works. You're right, it did. Nice job, Pierce. You mean bars? Don't push it mate. Right. Yeah, we have achieved. Bruderschaft, geschafft. Oh yeah. Some XP. Yeah. Super Begleiter Pierce. Pierce is super excellent. Yep. He has the Zins Zustand. Begleiter Maero. Maero is far better to be here. Ja. Is in Ordnung. Dip 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 dip. Da 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 da. Danke, dass du ready gemacht hast. Ja. So. die nächste ist jetzt die frage tanzkönig macht tanja fertig sind schon bei 14 minuten über 14 minuten ich weiß ganz genau wie wir jetzt die folge an wenn wir die jetzt anfangen würde wahrscheinlich wieder so lange gehen wie die letzte das ist jetzt deine entscheidung aufpassen aber wir haben es jetzt bei 15 minuten fast 16 obwohl er ich würde sagen wir machen dann doch hier ab feierabend ich habe noch ein bisschen geld meine geld kann man nie genug haben ich habe gerade mal 200.000 ach nö warum ich würde sagen das war's jetzt für die folge vielen dank für zu sehen falls euch der part gefallen hat lasst doch leichter und schaut bei mir vorbei oder dem dementsprechend auch bei mir bis dahin auch ich habe mich von dieser folge von euch und zuschauer wir hoffen auf jeden fall hat so noch spaß genau wie wir sehen uns in den nächsten wieder bis dahin und leute so 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 so